Jeremy geht es gut. Diese Neugeborenen hier sind alle in einem kritischen Zustand und brauchen gute Pflege. In Italien oder Deutschland würden sie sicher in einer Frühgeborenenstation professionell behandelt werden. Hier haben wir diese Mamis, tapfere Frauen, die ihre Arbeit unter so schwierigen Umständen so gut wie möglich machen. Jeremy geht es glücklicherweise recht gut. Wir sind eine Organisation italienischer Kinderärzte. Wir sind nicht auf Notfälle spezialisiert, sondern uns geht es um die strukturelle Entwicklung des Gesundheitssystems in Entwicklungsländern. Wir sind hier, weil uns Carol gebeten hatte, die Arbeit von Care & Share im Bereich Gesundheit zu verbessern, zumal die Organisation eigenes Pflegepersonal für die Kinder eingestellt hat. Im ersten Schritt erfassen wir den Gesundheitszustand aller Kinder. Daneben schulen wir das Personal und machen Vorschläge, wie man die Arbeit besser organisieren könnte. Konkret, wir geben Erste-Hilfe-Kurse in Kinderheilkunde und schulen die Krankenschwestern. Wir wollen sicherstellen, dass, wenn wir gehen, sie selber unabhängig und besser weiterarbeiten können. dort der Termin Untertitelung des ZDF, 2020